Musik Ja, zur aktuellen Lage der Finanzmärkte und der europäischen Staatsschuldenkrise, das ist jetzt zur Einleitung mal das Oberthema und die Frage lautet natürlich, haben sich radikalere Reformforderungen überholt? Und zur großen Überraschung der Anwesenden wird die Antwort lauten, nein, das hat sich überhaupt nicht überholt, eher im Gegenteil, es sieht stabiler aus, als es tatsächlich ist und vor einiger Zeit sogar noch gewesen ist. Ich meine, das vorherrschende Narrativ in der Politik, das ist ja auch klar, das lautet, die Krisen sind überwunden. Also einige Krisenländer wachsen wieder, wenngleich die Arbeitnehmer das nicht unbedingt so merken, Börsenkurse stimmen optimistisch, die Staatsanleihenzinsen sind, kein Wunder, dank EZB-Hilfen sehr, sehr niedrig, höheres Eigenkapital, sagen zumindest diejenigen, die Basel III implementiert haben, ist jetzt auch da, insofern sind also zumindest die Banken stabiler. Es gibt eine wunderschöne Bankenunion, tausende von Leuten werden eingestellt und treiben hier die Mietkosten in die Höhe und sogar einige Keynesianer geben zu, naja, die Spekulation, die hat ja jetzt gegen den Euro zumindest mal und einige Länder aufgehört. Und wir haben ja eine mutige Super Mario-Truppe, die nicht nur Abkürzungen in die Welt setzt, sondern auch Billionen praktisch überweist, LTHO, OMT und QI, aber der schöne Schein trügt. Und aus diesem Grunde, um das ein bisschen zu zeigen, werde ich zunächst mal das globale Verschuldungsproblem ein bisschen charakterisieren, wie es so ausschaut. Und dann zweitens die europäische Konstellation, wie sieht es eigentlich primär im Euro-Raum aus? Und dann drittens ganz kurz die Reformagenda. Ja, das globale Verschuldungsproblem. Wir haben sehr, sehr viele Probleme, die im Moment anstehen und ich habe mir das mal als einziges jetzt herausgenommen. Ich werde also nur darüber kurz was sagen. Und der John Kenneth Galbraith, also der Ältere, der jetzt schon seit einiger Zeit tot ist, der hat ja eine kurze Geschichte der Finanzeuphorie, gibt es jetzt auch eine Übersetzung, hat er ja geschrieben. Und da hat er festgestellt bei seiner Untersuchung, dass alle Krisen, alle richtig schönen Finanz- und Staats- und Bankenkrisen, also wo alles so richtig prima zusammenpasste, dass die immer sehr stark mit Verschuldung verbunden waren und dass diese Verschuldung immer außer Rand und Band geriet, je nachdem, wie man das in Relation setzt, zum Bruttoinlandsprodukt oder anderswie. Und die entscheidende Frage war dann immer, auf die ich nachher noch kurz kommen werde, wurde das durch eine Reinigungskrise behoben oder hat man die Blase weiter aufgeblasen, um also sozusagen Anpassungsvorgänge und Vermögenswertverluste zu vermeiden. Und diese Verschuldung tritt sehr, sehr häufig mit einem Kernprozess, kann man sagen, zusammen auf und ist Ausdruck desselben. Und man kann sagen, dass das eben solche Phasen irrationalen Überschwangs sind. Und da gibt es ja wunderschöne Beispiele, also Mississippi-Bubble und die Tulpenzwiebel-Krise und alle möglichen anderen wunderlichen Dinge, Junk-Bonds beispielsweise oder Dotcom und jetzt natürlich auch die Finanzkrise. Und dann gibt es immer ein sogenanntes Displacement am Anfang, das heißt, man glaubt, da ist eine Bonanza etwas, wo man also jetzt sehr, sehr viel Geld mit machen kann. Dann meint man, neue Möglichkeiten gibt es. Es gibt einen Boom, Euphorie, Abweisung, Unbehagen, Panik, Misskredit im wahrsten Sinne des Wortes, normalerweise Depression oder eben es wird übertüncht, so wie das jetzt passiert. Und meistens ist es so, dass so ein Prozess sich nur richtig schön entwickeln kann, wenn also ein hohes Leverage dabei ist. Das heißt also, wenn die Verschuldung sehr, sehr schnell in die Höhe geht und das ist ja so, wenn Banken wenig Eigenkapital haben, dann wird sehr, sehr schnell aus dem Nichts quasi per Kredit wird Geld geschöpft und wenn man dann merkt, oh je, die Vermögenswerte sinken ein bisschen, dann ist das so, wie wenn auf der Autobahn erst alle auf 200 beschleunigen und dann merken, das war eine schlechte Idee und dann Vollbremsung machen. Und dann darf man sich nicht wundern. Und da sind wir ja schon bei der Monetative ein bisschen, weil das Geldschöpfungsprivileg der Banken spielt da natürlich eine ganz zentrale Rolle, dass also dieser Verschuldungsprozess stattfinden kann. Jetzt kann man sagen, naja schön, das hat auch der ökonomische Mainstream, also die schlauen Professoren, die hier in Frankfurt agieren, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder wie die gute Frau Schnabel, die jetzt immer schön Interviews angesichts des neuen Gutachtens des Sachverständigenrates von sich gibt und hier Forschungsergebnisse präsentiert. Und der Claudio Borio von der BITS, der sagt zum Beispiel in Texten wie The Financial Cycle and Macroeconomics, da sagt er, ja, ja, es gibt einen Kreditzyklus und da werden auch viel zu viele Kredite vergeben. Und dann sagt man sich, ja, und? Und dann wird gesagt, naja schön, vielleicht müssen früher die Zinsen raufgesetzt werden. Und andere sagen, nee, das ist schlecht, dann müssen wir eine Vollbremsung machen. Und vor allem dagegen zu halten, da weiß man nie so genau, wann fängt jetzt der Bubble an und wann ist das noch ein vernünftiger Prozess im Immobilienbereich oder wie auch immer. Da gehen dann die Relativierungen los. Und Brunner, Mayer, Schnabel haben ein schönes Papier geschrieben, Bubbles and Central Banks, also es ist relativ neu. Und da untersuchen sie ein gutes Dutzend, wenn nicht gar fast zwei, Finanz-, Bank- und Staatsschuldenkrisen. Und ihr nicht ganz überraschendes, für uns nicht ganz überraschendes Ergebnis ist, dass hier immer Banken und die Kreditvergabe der Banken eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und dann waren wir so frei, Frau Schnabel, als er es hier in Frankfurt dann auch präsentiert hat, zu fragen, ja, da wird es doch naheliegen, dann zentral an der Quelle anzusetzen und eben dieses Geldschöpfungsprivileg der Banken irgendwie einzustoppen, ja. Zum Beispiel über Vollgeld. Und das scheint dann aber irgendwo in die Tabuzone zu geraten. Und sie hat dann geantwortet, dass man merken konnte, sie kennt das gar nicht so richtig, das Konzept, das wollen wir jetzt nicht übel nehmen, nur generell feststellen, dass es eben immer Cleaning oder Leaning läuft, Maximum, ja. Cleaning heißt, es findet ein Überschwang statt und dann ist die Zentralbank und der Steuerzahler, der muss das dann wieder aufwischen, ja. Und dann geht es von vorne los. Oder aber Leaning und das ist dann makroprudenzielle Regulation. Da wird gesagt, naja, wenn es dann eng wird, soll vielleicht situativ bedingt die Eigenkapitalhinterlegungspflicht ein bisschen erhöht werden und, und, und. Oder die EU-Kommission, da gehen dann die roten Leuchten an, wenn also, was weiß ich, die Löhne zu stark gestiegen sind und so weiter. Mit anderen Worten, die Krisenursache in Bezug auf solche Kreditexpansionsprozesse, die werden vom Mainstream gesehen, nur, und das legitimiert sozusagen die Monetative und andere Initiativen, dass man hier durch Vollgeld was machen könnte, das kommt diesen Leuten dann wenig in den Sinn, sofern sie das Konzept überhaupt kennen. So, jetzt zur Verschuldungsproblematik. Man hat ja eigentlich manchmal den Eindruck, auch bezüglich der Austeritätspolitik in den europäischen Südländern vor allem, dass nach der Finanzkrise man dazugelernt hat und die Verschuldung reduziert hat. Ja, und da gibt es eine wunderschöne Untersuchung von McKinsey Global Institute und weil es McKinsey ist, sagt man, ja, dann wird es ja vielleicht stimmen, obwohl man dem Verein ja ansonsten misstraut. Na schön, aber viele, viele sagen ja selber, dass diese Zahlen schon stimmen und dass die ja aus offiziellen Datenbasen gewonnen sind. Also wir sehen links im Jahr 2000, da war auf alle vier Sektoren bezogen, also Haushalte, Unternehmen, Regierung und Finanzbetriebe, Unternehmen, da gab es 87 Billionen, ja, also Amis immer eins höher, Trillionen, da gab es also jetzt 87 Billionen Gesamtbruttoverschuldung, dann stieg das bis zur Finanzkrise auf 142 und dann sagt man, ja, das muss jetzt reduziert werden, ja, aber siehe da, wenn man sich das weltweit betrachtet, dann ist es in der Tat, wenn man diese Treppengeschichte hier betrachtet, dann geht das weiter wie gehabt, ja, also wer jetzt sagt, das ist weder Leaning, was gemacht wird, noch ist es Cleaning, ja, also die Stube ist unsauber sozusagen, die Finanzstube. Hier können wir mal, Reinhard Rogorow, diese schönen Tabellen, können wir mal sehen, dass zum Beispiel die entwickelten Länder, ja, dass da die inländischen Privatkredite, da haben wir den Staat jetzt überhaupt nicht drin, dass die ganz schön da nach oben gerockt sind und die Emerging Countries haben das dann nachgeholt. Auf jeden Fall, da hat sich auch nicht viel verändert. Hier sehen wir das mal in Bezug auf die US-Verschuldung, das ist ein Trend, der so hochgegangen ist und wenn man sich die amerikanische Gesamtverschuldung, auch inklusive des Staatsbudgets, da macht man ja dann immer so eine Theatervorstellung gegen Ende des Jahres in den USA, dass das dann doch noch funktioniert und alle gucken da ganz gebannt drauf, ah, werden die Republikaner den Obama ausstoppen und so. Also da hat sich nicht viel geändert. Hier sehen wir mal bis 2012, dass also praktisch überall 2002, 2007, 2012, außer Südafrika, ja, die nehmen wir hier mal aus, wer weiß, vielleicht gab es da Seitenzahlung, Weltmeisterschaft oder so, also ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht, dass also immer, immer der rote Balken weiter rausgegangen ist. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit dem weltweiten Phänomen zu tun, dass also überall die Verschuldung da immer weiter raufgegangen ist. Hier sehen wir das nochmal ein bisschen anders, dies hier ist jetzt keine Fried Chicken Kette, sondern die Global Financial Crisis und da sehen wir jetzt mal im langfristigen Verlauf seit den 50er Jahren, so irgendwann in den 70ern ging das halt los. Hier hatten wir die Finanzkrise und da wird man sagen, so und jetzt kommt die Bereinigung und das geht darunter Pusteblume, das geht also praktisch weiter im Takt wie gehabt. Hier sehen wir nochmal, dass sich das also bezüglich der Regierung, der Nichtfinanzunternehmen und der Haushalte, das teilt sich fair auf, dieser Anstieg. Man kann also nicht sagen, dass ein Bereich oder der Staat hier der Hauptverantwortliche ist, weil das ist ja sozusagen das liberale oder neoliberale Narrativ. Der Staat schlägt über alle Seiten, ja, und das bringt uns in Kalamitäten im Euro-Raum, ja, und das ist das Grundproblem und das stimmt eben einfach nicht. Wäre ja schön, wenn es das Problem wäre, weil es ja dann viel kleiner wäre, aber es ist eben nicht so. Ja, warum ist Verschuldung überhaupt problematisch? Gibt es ja einige, die sagen, das ist ja egal, weil jeder Verschuldung steht ja irgendwo ein Vermögen gegenüber. Und wenn ich jetzt sage, netto gleicht sich das Ausgleich null, ja, na, da würde sich viel ausgleichen, wenn man das so verrechnen würde. Da könnte man jetzt viele Beispiele bringen, lass ja lieber. Also einige sagen ja, und ab irgendwann stimmt es ja auch, es wird mal eine Grenze erreicht, wo eine Verschuldung schlecht ist, eine Wachstumsbremse wird, eine Demokratiebremse ja auch. Wenn 100% des Budgets im Extremfall für Zinszahlung draufgehen, können wir uns die Wahlen sparen, weil ja dann sowieso alles an die Reichen geht, um es mal polemisch zu sagen. Und dann ist es ja so, dass Gläubiger immer Zugriffsansprüche auf das Bruttoinlandsprodukt haben. Und wenn ich jetzt einfach zu viel Geldzettel über Kreditvergabe in die Welt setze, dann müssen irgendwie mehr Zettel für einen gleichen BIP-Betrag da sein, weil schlicht das BIP so nicht weiter wächst. Wenn also die Geldmenge jetzt 10% wächst und das BIP 1%, dann muss irgendwie da eine Entwertung der Geldzettel stattfinden. Und Lebensversicherer wissen schon, wovon man redet. Oder auch die privaten Krankenkassen können jetzt alle möglichen durchgehen. Und dann natürlich eine steigende Abhängigkeit vom Kapital. Ist ja logisch. Je mehr ich verschuldet bin und jetzt keine Währungsreform veranstalte oder das Inflationär oder sonst wie vom Tisch bringe, also eher ungewöhnlich, sagen wir mal, dann bin ich abhängig von denen, die mir jeden Tag im Grunde in der Bundesrepublik eine Milliarde, die praktisch den Rollover von alten Schulden machen. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Politik dann praktisch wie im Zoo aus der Hand futtert. Und dann natürlich eine erhöhte Vermögenspolarisierung. Kann man jetzt nicht so genau zeigen. Ist aber eigentlich ein Ergebnis der Debatte. Je höher die öffentliche Verschuldung ist, die einen zahlen, die anderen sind Nutznießer. Selbst wenn wir ein progressives Steuersystem haben, zumindest bezüglich dieser Verschuldungsprozesse oder Verschuldungsfinanzierung, haben wir die, vom Piketty ja nicht ganz falsch hervorgehobene, sehr, sehr problematische, immer weiter auseinandergehende Schere hier. Und man kann sagen, je höher die Fremdfinanzierung ist, das gilt ja für Banken, fürs Finanzsystem, aber auch für Staaten, umso höher ist die Volatilität und Fragilität und damit dann auch das Kollapsrisiko. Ich hatte das in so einer Extraschrift gemacht, es wird leider nicht so wiedergegeben. Es jagt einem dann schon Schrecken ein, wenn man es sieht, aber hier nicht jetzt. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Schrift das war. Gut, also daraus leitet sich mal eine Schwellenthese ab. Eine Schrumpfung des Finanzsektors und der Verschuldung ist wesentlich. Ja, ganz einfach. Jetzt kann man sagen, ja und. Aber wenn man sich fragt, ist das eigentlich eine Priorität gewesen, von Seiten der EU oder des IWF oder wem auch immer, oder unserer schönen deutschen Bundesregierung, eine Schrumpfung des Finanzsektors hervorzurufen, das kann ich nicht erkennen. Wenn der Verbriefungsmarkt in Europa wieder in Gang gebracht werden soll, wenn in Eschborn für die High Frequency Trader extra Gebäude gebaut werden, etc., dann muss ich sagen, es geht weiter wie gehabt. Und das kann man jetzt auch sehen. Hier vergessen wir mal blau, blaues Zypern. Und wir schauen nur auf gelb. Gelb ist der Euroraum. Und da sehen wir die Bilanz, die Gesamtbilanzsumme des Finanzsektors. Ja, dann fangen wir hier an. Dann gehen wir hier rüber. Und was stellen wir fest? Die EU hat sehr, sehr viel Papier, sehr, sehr viel Bürokratie, sehr, sehr viel Diskussion, Verordnung, Durchführungsbestimmung, neue Bürokraten, die in Brüssel einziehen und so weiter produziert. Aber den Finanzsektor, der ja vielleicht etwas überdimensioniert ist, den hat sie alles andere als geschrumpft. Und sie hat auch nie gesagt, dass das ein prioritäres Ziel gewesen wäre. So, das war jetzt also sozusagen der globale Verschuldungsaspekt. Und jetzt mal kurz zweitens die europäische Konstellation. Da haben wir ja hier, das ist ja bekannt, 2011. Irgendwann, es war einmal, ja, diese 60% Maastricht-Grenze. Und irgendwie liegt man da jetzt drüber. Und nur einige Länder, ja warum denn wohl? Die Luxemburg liegen also drunter. Und das war, Herrn Juncker darf man diesbezüglich im Moment nicht befragen, weil er da orakelhaft sozusagen nirvanistische Aussagen trifft. Zum Beispiel vor dem Nicht-Ganz-Untersuchungsausschuss, der da gerade stattfindet. Ja, hier die Schuldenberge, da sagt man sich, hoppla, 2013 war das nicht ein bisschen weniger? Ja, Griechenland liegt bei 175. Und jetzt marschieren Sie mal auf eine runde Zahl, nämlich 200% zu. Bei Italien ist es jetzt auch schon höher, ja, deutlich über 130%. Die französische Staatsverschuldung ist auf 100% jetzt so gut wie, ist da so gut wie angekommen. Und die EU-Gesamtverschuldung, wenn man das also gewichtet auf alle EU-Länder betrifft, geht es auch auf 100% zu und hätte es schon überschritten, wenn es nicht die selige Bundesrepublik gäbe, die da den Schnitt ein klein wenig runterzieht. Wir sehen hier die gesamte Bruttoverschuldung. Seit 2012 hat sich nicht viel geändert. Nur als kleiner Hinweis, man kann ja mal sagen, ja, die Griechen, das sind die Super-Exoten, ja, und die anderen, also die Iren und die Spanier und bis vor einer Woche die Portugiesen, die verhalten sich doch sozusagen reformadäquat. Aber wenn man sich das Gesamtverschuldungsniveau anschaut, dann sind die Griechen, wenn wir alle vier Sektoren jetzt hier betrachten, dann haben die weniger Gesamtverschuldung als die Italiener, die Portugiesen, die Franzosen, die Spanier. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt nicht andere Foki hätten, also zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik, dann wäre es so, dass diese Länder absolut praktisch im Scheinwerferlicht wären und angeschossen würden. Sie werden das aber nicht, und das hängt, da kommen wir gleich zu, mit der EZB-Politik zusammen. Es gibt in dem Buch vom Hans-Werner Sinn im Neuen, man kann davon halten, was man will, aber die Tabellen sind immer schön aufbereitet und stimmen ja auch irgendwo. Da wird mal ausgerechnet, wie hoch die Verschuldung dieser Länder wäre, wenn es nicht diese Zinsherunter-Manipulation in Bezug auf Staatsanleihen gegeben hätte. Und dann sehe ich es aber anders aus. Dann wäre da einiges schon abgebrannt. Gut, das ist ehrlich gesagt eine meiner Lieblingstabellen, natürlich wieder von McKinsey. Das sieht man hier bei der Nulllinie drunter, also McKinsey ist immer mein Ersatz für Attackfolien. Ja, das ist... Da haben wir hier also die Nulllinie und De-Leveraging heißt, das geht also hier von 2007 bis 2014. Finanzkrise bricht aus und jetzt gucken wir die Staaten, wie haben die sich denn da berappelt. Und da muss man zugeben, Rumänien rettet Europa, weil es gibt ein Land, ein Land, was also tatsächlich sich nicht mehr verschuldet hat. Und dann gucken wir rechts oben und sagen, na, wer sind denn die Oberbösewichte, bei denen die zusätzliche... Es geht um die zusätzliche Verschuldung seit der Finanzkrise. Und da müssen wir jetzt fairerweise sagen, Singapur und Irland müssen wir da ein bisschen runterdrücken, weil das sind schlicht und einfach, das sind Steueroasen, ja. Und deswegen aus bestimmten buchtechnischen Gründen ist das so, ja. Kann man überlegen, ob das okay ist für Irland, aber die, die früher in Irland waren, sind jetzt in Singapur, deswegen gehören die schon ein bisschen zusammen. Und... Also wenn wir uns jetzt Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland, muss man sagen, danke Japan, ja, sonst wären wir nur Europäer in der oberen Liga hier. Mit anderen Worten, es hat Sparprogramme, Austeritätsprogramme gegeben und trotzdem ist es so, dass sehr, sehr viele Euro-Länder, und wir schauen ja jetzt hier nur auf die Verschuldung und reden über all die anderen Dinge, die es auch noch gibt, reden wir nicht, nur darüber, dass es da nicht gerade zum Allerbesten bestellt ist. Und das ist auch kein Wunder. Und da haben halt die Keynesianer schon irgendwo einen Punkt vollkommen, ja, dass sie eben die Fallacy of Composition, also die schwäbische Hausfrau und ganz Spanien oder Griechenland, da ist ein Unterschied, ja, und nicht nur ein regionaler. Weil wenn eine Einzelperson spart, dann kann das zu einer Anpassung kommen. Aber wenn ein Land spart, dann sinkt die Nachfrage, die gesamte Nachfrage, die Einkommen, das Bruttoinlandsprodukt sinkt, dann ist es eine relativ zu hohe Privatverschuldung. Die Leute wollen sich entschulden, sie verdienen weniger, müssen also noch mehr sparen, ja, geben dann noch weniger aus. Und das hat der Keynes ja alles schon in seiner Bananenparabel mal ganz nett beschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn, bei gleichzeitigen Sparen scheitert der Schuldenabbau. Auf diese Art und Weise. Durch eine Einkommenskompression, ja. Das heißt ja nicht, dass es gut ist, dass es die Schulden gibt, aber auf die Art kann man sie nicht senken. Das ist halt der Punkt, ja. Gut, jetzt welche Lösung, wer kritisiert, soll aber was vorschlagen. Welche Lösung der Staatsschuldenkrise gibt es denn da eigentlich so? Da haben wir natürlich zunächst mal die Transferunion. Und dies, im Grunde gibt es eine heimliche, verkappte, begrenzte Transferunion über die europäischen Rettungsschirme, ja. Das ist völlig klar, nicht. Am Anfang wurde gesagt, ja, mal eine Riesenausnahme und jetzt heißt es, ja, warum nicht für immer, ja. Der ESM und als Auftaktveranstaltung mal 500 Milliarden und so weiter. Also eine offenkundige Transferunion, wo man sagt, die Bundesrepublik hat zum Beispiel 120 Milliarden seit der Finanzkrise an Zinsen gespart, weil es Krisengewinner ist, in gewissem Sinne, ja. Da können wir ja sagen, okay, dann überweisen wir mal 30 Milliarden an Griechenland und sagen, so, nun reformiert mal euren Laden und könnt da damit machen, was ihr wollt, ja. So ist es ja aber nicht. Und die Flüchtlingsfrage zeigt ja, dass die europäischen Länder auf eine erbärmliche Art und Weise uneins sind, leider, ja. Das ist eben so. Deswegen Transferunion ist im Moment unrealistisch. Auf lange Sicht in demokratischen Strukturen absolut nichts dagegen, ja. Aber im Moment halt nicht. Sparmaßnahmen und Steuererhöhung habe ich eben auf den Teufelskreis hingewiesen. Ist schwierig. Und da gibt es Zielkonflikte, auf die ich gleich noch kurz kommen werde. Hohes Wachstum gibt es auch nicht. Gibt es weltweit eigentlich pro Kopf real nicht, ja. Das ist so. Nicht nur, weil es ökologisch sinnvoll ist. Man versucht ja alles für das Wachstum zu tun. Man schafft es aber nicht. Warum ist das so, ja. Da gibt es dann so Doomsday-Propheten, die dann von der säkularen Stagnation und so weiter praktisch reden. Vielleicht haben sie so einen Punkt. Und dann gibt es halt gerade um die Ecke hier, ja, mit einem schönen neuen Gebäude, total bescheiden für 1,5 Milliarden, ja. Die Verdrehung der EZB sieht man schon im Gebäude. Das ist mir gerade eingefallen. Also, die EZB, Zinsen runter, Inflation rauf, OMT, was heißt OMT, ja. Das heißt, hoffentlich EZB versichert. Mit anderen Worten, mit anderen Worten, Tragi sagt, liebe Banken, ihr seid in Schieflage, weil ihr so viel Staatsanleihen gekauft habt. Und ihr sollt jetzt aber, weil wir da einen Konsens drüber haben, sollt ihr noch mehr kaufen. Dann sagen die Banken, ja, und wenn es schief geht, dann sagt der Draghi, macht doch nichts, kaufe ich euch den ganzen Mist ab. Und dann sagen die, ja, prima, dann machen wir mit, ja. So läuft das ja. Und QE, Quantitative Easing, klingt ja süß, nicht? QE, denkt mal an so ein kleines, süßes Kuscheltier oder so. Aber das hat es in sich, komme ich gleich noch kurz drauf. Schuldenschnitte und Vermögensabgaben, das wäre wohl nicht ganz falsch. Meiner Meinung nach in Kombination, da macht man sich bei bestimmten politischen Kreisen unbeliebt, in Kombination mit Staaten, Staats- und Bankinsolvenzverordnungen, ja, und Verordnungen. Weil ansonsten sagen die, die am meisten entschuldet werden, ja, prima, dann legen wir mal wieder neu los, ja. Insofern einmal ein Reset. Und jetzt wieder meine Attackersatzinstitution, McKinsey Global Institute, wieder in dieser Studie, da sagen die, für die am meisten verschuldeten Ländern, auch des Euro-Raumes, ist es so, dass wir, dass also die Austeritäts- und Möchtegern-Wachstumspolitik nichts bringt und dass man einmal so richtig bei den Steuern zuschlagen muss und sogar bei den Superreichen, ja. Weiß ich nicht, wie viele Leute jetzt gefeuert wurden, aber die reinen Zahlen, die reinen Zahlen, die zeigen schon, dass da was dran ist, ja. Weil das sind keine Politiker, das sind keine Institutionenvertreter, die sagen, Leute, irgendwie muss da mal eine Bereinigung kommen. Und dann natürlich, nur als Hinweis, eine Alternative neben diesen Steuern, ja, vielleicht könnte man da mal ein paar Unterstützungsgelder bei den Reichen in Bad Homburg oder so einwerben, wäre ein Umstellungsgewinn bei Vollgeldeinführung, ja. Das wäre ja auch eine Variante, die Josef Huber und andere vorschlagen, ja. Auf jeden Fall, McKinsey sagt selber, also Leute, auf die Art, wie wir das bisher machen, da ist ein bisschen schwierig. Und hier die Wachstumslücke, also das ist die Wachstumsprognose 2014 bis 2019. Spanien, so viel und um so viel müsste es mehr wachsen, um überhaupt die Schulden, die es angehäuft hat, abtragen zu können, Citeris Paribus, ja. Unter sonst gleichbleibenden Bedingungen. Und da sagen ja einige, oh, das wird schwierig. Und es gibt hier in der Liste zwei Länder, Griechenland witzigerweise, also so ändert sich die Zeiten, ja. Griechenland und Deutschland, ja. Und Irland, genau. Und Irland. Die drei können es schaffen, ja. Aber wenn man sich die Gesamtverschuldung Irlands anguckt, auch noch über 100 Prozent und so. Und die Iren schaffen das auch nur dank bestimmter Geschäftsmodelle, würde ich vermuten. So, jetzt kommen wir mal zur EZB, ja. Weil die ist ja hier um die Ecke und die wollen wir jetzt nicht ungeschoren davon kommen lassen. Zentralbanken gießen Öl ins Feuer. Das wäre mein Hauptvorwurf gegen die Politik, die gemacht wird. Und das fördert natürlich neue Blasenbildung. Wir wissen das ja in Deutschland. Der DAX und so weiter ist raufgegangen, ja. Euro Stocks 50 etc. Mal ein kleines Tief, aber jetzt wieder und so. Und hier sehen wir mal die amerikanische FEDs. Genau das Gleiche. In dem Moment, wo die also jetzt ihre Bilanz-Expansionspolitik betrieben hat, durch QE-Varianten und andere Dinge, ist also die Koppelung in dem Fall des Standard & Poor's, also eines Aktienindexes dort, ist ganz eng gekoppelt an die Expansion praktisch der Bilanz und wie viel Geld von der Zentralbank, wie viel Zentralbankgeld da rausgehauen wurde, ja. Und im Euroraum ist das nicht sehr, sehr viel anders. Und das Eigenartige ist ja, man hat gesagt, wie kam es zur Finanzkrise? Ja, der Alan Greenspan, der hat die Zinsen zu niedrig gesetzt, einerseits, und zweitens hat er zu viel Geld rausgehauen, ja. Und wenn man jetzt den Draghi fragt, wie wollen Sie die Krise lösen? Ja, ich senke die Zinsen noch weiter und ich haue noch mehr Geld raus, ja. Und das ist natürlich eigenartig. Ja, wir leben also in einem, meiner Meinung nach in einem, nicht erst seit gestern, in einem Ausnahmezustand und man kann sagen, dass das in gewissem Sinne eine Art neoliberaler Schattenstaat ist. Und den Begriff Schattenstaat, den habe ich vom Thomas Mayer geklaut, ja. Der ist gut auch im Begriffsprägen. Und neoliberal, warum neoliberal? Weil es im, liberal heißt, der Staat hält sich raus. Neoliberal heißt, der Staat agiert im Interesse gewisser Gruppen, ja. Das ist der große Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen liberal und neoliberal. Liberal wäre noch erträglicher gewesen, finde ich, ja. Also die ganzen Hayekianer und so, Staat bloß nicht und so weiter. Aber heute Staat schön viel, aber bitte selektiv und wer hat dem wird gegeben, ja. Das ist der große Unterschied. Also gut, neoliberaler Schattenstaat, wir haben die Vollversicherung zum Nulltarif, wir haben heruntermanipulierte Zinsen für Staatsanleihen, werde ich gleich noch eine Sekunde am Beispiel Italien zeigen. Wir haben eine ultra expansive, auch ein Wort von Mayer, gebe ich zu, ultra expansive Geldpolitik, ja. Nullzinspolitik, sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich sagen, ja. Wir haben eine Vollzuteilung, also wenn Banken zur EZB gehen, da wird gesagt, naja, eure Sicherheiten, das ist nicht so wichtig, ja. Kurz vor Ramsch und im Zweifelsfall hat man irgendwo in Toronto so eine ganz, ganz komische Ratingagentur, ja, die im Falle Portugals einem das jetzt bestätigt, ja, die dann auch noch von Hedgefonds übernommen wurde, ah, macht ja nichts. Und, ähm, also ultra expansive Geldpolitik, Nullzins, Vollzuteilung, ist ja auch was Neues, ja. Ich meine, gehen Sie mal als Kunde zur Bank und sagen, ich hätte auch gerne Vollzuteilung, ja. Da sagen die, na, Dankeschön, ja, bei Ihnen ist wohl die Oberleitung, Sie als Bahn-Deutsch gesprochen. Dann haben wir einen Einlagen-Minuszins, auch ungewöhnlich, ja. Die Banken sagen, aus Sicherheitsgründen sind wir so nett und parken auf unserem Zentralbankkonto ein bisschen Geld. Da sagt die EZB, das habt ihr gut gemacht, ja, und dafür kriegt ihr jetzt einen Strafzins. Und, äh, Draghi hat ja schon gesagt, den erhöhen wir jetzt. Kann man sagen, ist doch eine tolle Idee, dann parken die das Geld nicht, sondern machen wir es damit. Richtig. Aber was machen die Banken denn damit? Nach Hot Potato kaufen sie dann Anleihen und Aktien und was weiß ich nicht alles und gehen in riskante Assets, um nicht Minus zu machen. Das ist natürlich eine geniale Idee, ja. Na schön. Dann haben wir LTRO, ja, LTRO war diese Billion und ein bisschen mehr zum Mindestinssatz. Dann haben wir Trichet, ja, den gab es ja auch mal. Dieses SMP-Programm hat man ein paar Staatsanleihen schon mal so als Testdurchgang aufgekauft, dann QI und die EZB spielt insgesamt das Unschuldslamm, ja. Die sagen, ey, was wollt ihr denn? Wir machen doch nur, was wir immer gemacht haben und wir haben jetzt halt keine Inflation von 2% und 2% heißt Geldwertstabilität, ja. Ist auch komisch, gell? Stabil ist, wenn was um 2% schwankt und was anderes wollen wir ja gar nicht, sagen Sie. Aber es hat ja nachdrückliche Effekte, zum Beispiel Vermögenseffekte. Und dann kommt natürlich noch dazu, die EZB wird zu einem nicht legitimierten Politakteur, Irland und Italien beispielsweise, bei Berlusconi kann man ja fast ein bisschen dankbar sein, aber so ganz die technokratische Vorstellung einer Zentralbank ist dann auch wieder nicht. Ein Regelopportunismus und Willkür, ja. Wo steht, dass die EZB den Griechen vorschreiben konnte, dass sie diese ELA, Emergency Liquidity Assistance Kredite, dass sie da nur 200, 300 pro Woche das erhöht. Wo steht das? Nirgends. Die Griechen hätten das autonom machen können und wenn der EZB-Rat dagegen ist, hätten sie es mit Zweidrittelmehrheit ablehnen können. Was sie gemacht haben, war aber was ganz anderes. Die haben es an einer kurzen Leine gehalten, da sind die Leute hingerannt, haben ihr Geld abgehoben, ja. Und dann wurde gesagt, so, euer ganzer Laden bricht zusammen oder ihr unterschreibt mal schön, ja. Kann man sich fragen, ist das okay? Okay, aber der Punkt an der Stelle ist, die EZB konnte, muss ich mal in Schutz nehmen, konnte gar nicht politikneutral handeln und das hängt mit Vollgeld zusammen, ja, oder nicht Vollgeld. Denn das ist ja komisch, die Griechen haben auf ihrem Konto Geld, das steht da, auf dem Girokonto, und das Geld wollen sie abheben. Und dann wird gesagt, nee, das dürft ihr nicht, weil das gibt es ja gar nicht, das habt ihr ja gar nicht. Sagt die Grieche, ah, hier ist doch der Ausweis, ja. Wieso geht denn das nicht? Und dann muss es eben, weil die Bargeld haben wollen, muss es praktisch einen Kredit von der Zentralbank an die griechische Notenbank geben, in Form von Geldscheinen, die dann dahin transportiert werden, dann werden die ausgegeben. Ist doch komisch, ja. Es scheint ja zwei Arten von Geld zu geben. Und wenn es einen Bankrun gibt, in dem Fall, ja, dann gibt es für eine Notenbank keine neutrale Politik. Entweder sie tritt dann als Garant der letzten Instanz auf, rettet ein Land. Ist das okay? Weiß ich auch nicht. Sagen die anderen, wieso, wir haften, ja. Die mit dabei sind und einen Euro haben. Oder aber, er sagt, nee, mache ich nicht, ich drehe den Hahn zu. Und dann kann man sagen, aha, der Draghi hat den Zipras zu Fall gebracht. Auch nicht gut, ja. Bitte. Da habe ich ehrlich gesagt darauf gewartet, dass er es täte. Nee, es gab ja Plan B, die neue Drachme wird gedruckt, ja, und fertig. Varoufakis etc. Es gab mehrere Leute, die vorgeschlagen haben, das über, rein über, und jeder Grieche hat ja mindestens drei, über iPhones zu machen. Und man hätte da, über App hätte man praktisch, Apps und so weiter, hätte man also eine rein elektronische, neue Drachme, super neue Drachme, ja, hätte man da, hätte man einführen können. Wurde aber aus bestimmten Gründen nicht gemacht. Und Norbert Thering hat ja auf seiner Website ein Interview mit einem Griechen, der das miterlebt hat und der die Entscheidungen von Zipras und der Sirisa und Aneln nachvollziehbar macht, ja. Ich halte das für falsch, aber es war nicht irrational in dem Sinne. Ja gut, also Regelopportunismus, Bashing geht weiter. Wir haben ein autoritäres Ausnahmeregime, kann man nicht anders nennen. Denn die Troika, bei der ja auch die EZB und der IWF drin ist und die EU-Kommission, die Gläubiger spielen sich ja als Schiedsrichter auf und das geht nicht, ja. Das ist absolut unmöglich. Und bei der EZB fahren die da runter und sagen die Griechen, wie der Markt für Taxifahrer zu liberalisieren ist, ja. Also die Leute können da zwar schöne Modelle rechnen, DSGE-Modelle rauf, runter, kreuz und quer, ja. Aber mir war unbekannt, dass sie auch so große Arbeitsmarktexperten sind. Außerdem kollidiert es natürlich mit der Demokratie, ja. Da kommen ein paar Technokraten, sensimmonistische Technokraten und sagen, was sie zu machen haben. Und dann findet eine Abstimmung in Griechenland statt. Drei Tage später, unter anderem wegen Druck, wird gesagt, ja ist egal, wenn man trotzdem das Gegenteil, ja. Das ist schon eigenartig. Und natürlich sind da auch Widersprüche in der Politik und dann müssen wir uns fragen, macht das trotzdem Sinn, ja. Und die Widersprüche bestehen darin, auf der einen Seite wird gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit der einiger Länder soll erhöht werden. Dann fahren unsere Troika-Leute, ja, durch den Hintereingang und so weiter, fahren die da runter und sagen denen, jetzt müssen wir die Löhne und Preise senken. Dann passiert das auch und dann erzählt Herr Trage hier bei der Pressekonferenz, das ist Deflation, jetzt müssen wir was dagegen machen, ja. Das heißt, die einen fahren runter, senken die Preise und der andere sagt, nee, wir müssen wieder rauftreiben, ja. Und das ist natürlich schizophren. Und jetzt die Frage, und jede Krankheit hat ja einen tieferen Sinn, wissen wir, spätestens seit Sigmund Freud. Und die Frage ist halt, was drückt sich darin aus, ja. Und ein Punkt, bevor ich dann meine Interpretation gebe, ist noch, die EU passt auch, das habe ich aber halt je nicht behandelt, muss man aber einfach mal in einem Satz erwähnen, autoritäres Ausnahmeregime, da passt die EU schon rein. Der Fünf-Präsidenten-Bericht, ja, wir gerätselt haben, mag, was das wohl bedeutet. Der spricht hier eine klare Sprache. Dann haben wir die NAV, ja, die Nationalen Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit. Da soll also ein Fachgremium, Frau Schnabel sitzt sicher drin, ja, und die Monika Schnitzer vom Verein für Sozialpolitik, und die sagen dann den Tarifvertragsparteien und der Politik, in welcher Bandbreite sich eine vernünftige Lohnpolitik zu bewegen hat. Und der Sachverständigenrat hat ja schon gesagt, liebe Freunde, mit dem Mindestlohn ist so eine vernünftige Politik aber nicht kompatibel, ja. Das heißt, da sehen wir schon, bitte, schon überzogen, ah ja, gut. Da sehen wir also schon, in welche Richtung das geht, ja. Und da steht schon ein Politprogramm dahinter. Und insofern ist das kein Widerspruch, wenn die Troika runterfährt und dann da praktisch die Arbeitsmärkte runtertunen und auf der anderen Seite, der Draghi sagt, es darf keine Deflation eintreten, dann sinken ja die Vermögenswerte und das ist ja auch für die Vermögenden gar nicht so schön, ja. Und für die Banken noch viel weniger. Und die EZB ist ja die Bank der Banken, ja. Die Leute denken immer, ja, es ist unsere schöne Bank und die sichert Geldwertstabilität. Aber in erster Linie ist ja immer die Bank der Banken. Und meine Deutung ist halt, es handelt sich hier um ein Bündnis, ja. Ein Bündnis zwischen EZB, der vor allem Finanzgroßwirtschaft, dem Politestablishment. Wir haben ja in Europa, aber auch in Deutschland eine GroKo, ja. Also ein großes Krokodil, große Koalition und da gehören auch die Vermögenden dazu, ja. Weil für die ist das klasse, was läuft, nicht. Wenn man sich die Weltreichtumsberichte durchliest, also die Vermögenden, ja, dieser Welt, die haben also so eine Mini-Delle und dann, als hätten sie nur Anlauf nehmen wollen, ja. Geht das wieder rauf? Kann man ja sich anschauen. Ja, jetzt nochmal ein kurzes Wort zu QE und Deflation. Der Richard Coe hat da ja in seinem Buch schon einiges zu gesagt. Eine Deflation ist nur ein Problem, wenn eine Überschuldung, wie vorhin dargestellt, da ist. Meiner Meinung nach, mache ich mich bei den Keynesianern unbeliebt, weiß ich auch, aber ist egal, ja. Ob Inflation oder Deflation, schwer zu sagen, was schlimmer und was besser ist, ja. Eine Deflation wäre an sich kein Problem, da haben die Leute bei Lohnrigidität mehr in der Tasche, ist ja auch gut, ja. Könnte ich ja so ein kleines, neuklassisches oder neukensianisches Modell machen. Habe ich es schon, ja. Aber eine Deflation ist schlecht, wenn jemand für die Produkte, die er verkauft, weniger Geld kriegt, aber der Schuldenstand ist ja nominal so da. Das heißt also, eine Deflation ist nur dann schlecht, wenn ich eine Überschuldungssituation habe. Und in der Bilanzrezession, wenn viele Akteure, Unternehmen, private Haushalte sich entschulden wollen, dann ist das natürlich wirkungslos. Natürlich schön und gut für einen Wechselkurs, wenn es aber alle machen, auch wieder schädigt man sich gegenseitig. Wenn den Amerikanern das nicht nur ein klein wenig egal wäre, dann Dankeschön, ja. Wenn also alle in so eine quasi Wechselkurs, in so einen Wechselkurskampf eintreten würden, dann haben wir natürlich einen Vermögenseffekt, ja. Wenn Quantitative Easing gemacht wird, dann stabilisiert das auf jeden Fall die Vermögenswerte. Und vor allem die Staaten, das sind ja Bündnisgefährten, ja. Bei den Staaten kann eine Stabilitätsillusion stattfinden. Also wenn man sich anschaut, wie bestimmte Regierungsvertreter auftreten und sagen, ja, das ist doch toll, die Märkte bewerten unsere Staatsanleihen, ganz, ganz prima, wir zahlen kaum was dafür, ja. Obwohl, können Italiener sagen, obwohl wir 130 Prozent Verschuldungsgrad haben, zahlen wir im Moment für unsere Staatsanleihen weniger als die Amerikaner. Wow. Und das ist eben die Stabilitätsillusion. Und es kommt hinzu, dass Quantitative Easing ja praktisch eine Nullzinspolitik für Staatsanleihen ist. Das wird ja nicht immer ganz gesehen. In dem Moment, wo Herr Weidmann, der gerne Interviews im Handelsblatt gibt und Briefe schreibt und Vorträge hält, aber er kauft ja praktisch am meisten von diesen Staatsanleihen auf. Das ist ja auch komisch. Und, aber er sagt, ich kann nicht anders, ja, muss ich halt. Und jetzt ist es ja so, wenn jetzt Staatsanleihen auf dem Markt angekauft werden von der Notenbank, ja, höchst wahrscheinlich ja zu leicht erhöhten Preisen, wird Herr Gudehus noch sagen, dann kauft also die Zentralbank das und irgendwann sind diese Staatsanleihen fällig, ja, und ich zahle immer Zinsen. Und dadurch macht ja praktisch die Notenbank, die nationale kauft die bei Quantitative Easing ja immer auf, machen die ja einen Gewinn. Und jetzt Quizfrage an alle, an wen werden die Gewinne der Notenbank am Ende des Jahres oder am Ende des Tages, wie man so gerne sagt, ausgezahlt? An die Staaten. So, daraus folgt, alle Staatsanleihen, die die Notenbanken aufkaufen über Quantitative Easing, ist ein Selbstgeschenk in Form einer Nullzinspolitik. Man sagt immer, die Märkte müssen wieder die Wahrheit sagen, die Märkte sollen die Preise festlegen und, und, und. Und dann sagt man, aber wir genehmigen uns mal einen Freelunch. Kann ich nur sagen, ja, Dankeschön. Wenn das, dass die ungescholtene Bürger auf die Straße treibt, ja, und dann irgendwelche Alphabeta-Gamma-Institutionen hervorruft, das ist dann nicht gerade verwunderlich, finde ich, in gewissem Sinne. Dann natürlich Blasenbildung, prekäre Erträge, Lebensversicherung, klar, ja, und jeder, der brav und artig spart und nicht in Aktien geht und so weiter, dem wird heutzutage gesagt, du bist aber ein Vollmuppet, ja, jetzt geh mal ein bisschen Risiko, nicht? Kauf dir mal ein paar Staatsanleihen, ja, die Bricks sind jetzt unschick geworden und, 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 wieder irgendwas anderes, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht ein geschlossener Immobilienfonds, nein, besser ein offener, gut. Dann haben wir natürlich auch Verdrängungseffekte, eine Liquiditätsillusion, das heißt, durch diese Ankäufe von Seiten der Notenbank wird das teilweise ein bisschen schmal und vor ein paar Tagen hat die EZB ja gesagt, dass schon 33% von einer Anleihe, im Prinzip vom Emissionsvolumen her gesehen, aufkaufen können, ja, das heißt, es wird immer mehr, gut, und irgendwie haben wir mal was von Crowding out gehört. So, das QE-Paradox, mal ganz kurz, kollaterale Effekte, wir haben einen Reichtumseffekt, höhere Ungleichheit, wir haben eine Ressourcenfehlallokation, ja, jeder, jeder versucht, irgendwas zu machen, die letzten Baulücken, ja, auch nicht gerade ökologisch, werden geschlossen und so weiter und die Asset Bubbles, haben wir ja vorhin gesehen am Schaubild, Finanzboom, das führt dazu, geringeres Wachstumspotenzial, ja, und dann könnte man sagen, monetative, gut, dann machen wir mal ein paar Reformen und eventuell Fiskalpolitik, ja, also Geldreform, die Politik sagt aber, und Herr Draghi und Konsorten, nee, das langt noch nicht, wir müssen das noch viel mehr erhöhen, ja, mit anderen Worten, QE führt zu geringem Wachstum und das dient als Legitimation, gerade nur einen draufzusetzen, ja, das ist im Moment so ungefähr die Lage. und dann gibt es natürlich eine riesen säkulare Stagnationsdebatte, wenn das so wäre, ja, also das Argument ist, es gibt weltweit zu viel Sparbeträge, ja, gut, mag stimmen, mag nicht stimmen, wie auch immer, und wenn das so wäre, ja, dann wäre ein negativer Gleichgewichtszins, wäre dann zu vertreten und dann wäre die EZB nicht aktiv handelnder, Manipulator, sondern dann wäre sie nur Ausdruck der Marktbedingungen, Lorne Befands, Angebot, Nachfrage, ja, so ist es dann halt, ja, das finde ich aber wenig überzeugend, wenn man sich Italien anschaut, weil wir haben da für Zweijährige zum Beispiel einen negativen Anleihezins bei 130 Prozent Staatsverschuldung und ich glaube, selbst wenn wir Sparüberschüsse noch und nöcher hätten, ist das kein normales Phänomen, weil da würde ich das Geld lieber zu Hause behalten, ja, soll nicht gegen Italien sein, war nur ein Beispiel halt, ja, also unabhängig von möglichen Sparüberschüssen ist die EZB meiner Meinung nach ganz klar Zinsmanipulator, um den Zusammenbruch des Finanz- und Geldsystems zu verhindern, ja, das ist eine ganz klare Angelegenheit, jetzt kann man sagen, ja gut, dann lenken wir QE um, kann man ja machen und hier haben wir mal den Zinsrückgang in Italien versus Null, ja, und das ist aber nicht nur da der Fall, sondern wir haben das in Frankreich, in Deutschland, hier Italien, in den Niederlanden und in den meisten, in den meisten anderen Ländern auch, ja, also kurz laufende Staatsanleihen sind fast alle im Negativbereich und das ist halt komisch, ja, ich meine, Sie leihen mir Geld, ich sage danke und gebe Ihnen weniger zurück, das ist jetzt vielleicht so eine Hausfrauen-Zinstheorie, die ich da gerade, oder Überlegung, die ich da gerade habe, ich finde es komisch. Ansonsten haben wir nur EU-Reformchen, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, ja, Provisionen bei Anlagenberatung, gedeckte Leerverkäufe sind okay, Hochfrequenzhandel, dies und das, Fähnchen drauf, da ist so das erkennbar, aber keine Mindesthaltedauer, die Megabanken gibt es, die Schattenbanken sowieso weiterhin, ja, es wird im Bankensektor reguliert, da sagen die dann, okay, dann machen wir halt ein Schattenbänkchen auf, ja, und in den USA hat der Schattenbankbereich schon 125% der Bankaktiva der offiziellen eigentlichen Banken, ja, das heißt, der Schattenbankbereich kann man sagen, ist in den USA schon größer als der reguläre Bankenbereich und jetzt kann man sagen, ja, da wird ja aber auch ein bisschen getan, aber nicht viel, das ist ja jetzt eine Detaildiskussion, aber okay, ja, also es ist Patchwork statt Strukturreform und die Folge ist halt, die Dosis rauf, statt Medikamentenwechsel, ja, also, das ist das Problem und das geht immer so weiter und da haben schon Liberale irgendwie, Mises oder so, haben wir es, wenn sie von einer Interventionsspirale reden, weil der nächste Schachzug wird sein, Bargeldverbot, ja, da sagen jetzt einige, das ist ja super praktisch und rein zufällig hört man das alle zwei Tage aus verschiedensten Ecken, aber das dient natürlich dazu, dass die Zentralbank weiter manipulieren kann, also es soll ein Weiter-so geben, aber man muss besser manipulieren, weil, und das trifft ja zum Beispiel auch die GLS, die Zinsmarge immer geringer wird, ja, und ich muss also praktisch die Nullgrenze außer Kraft setzen und jetzt kann ich sagen, ich mache Negativzinsen und es gibt dann eben auch eine Negativverzinsung auf Giro- und Sparkonten, ja, damit die Leute das ausgeben und was weiß ich was machen, ja, insofern ist die Interventionsspirale, geht weiter und sie enteignet den einzelnen Bürger im Sinne von Handlungsautonomie, können wir noch andere Beispiele nehmen, der Zins verliert völlig seine Signalwirkung, ja, man braucht ja kein Hypermarktwirtschaftler sein, aber wir haben nun mal Zinsen und, äh, einige kassieren Zinsen und dann sollen sie bitte aber auch ein kleines Risiko dabei haben, das wäre auch ganz nett, ähm, dann haben wir die blöde Zielkonfliktsituation, entweder wir haben eine Deflation oder man muss einen Regelbruch machen, das heißt, der Juncker wird gewählt, zwei Tage später sagt er, ja, diese drei Prozent war ja nicht so ernst gemeint, ja, und jetzt, und man hat, und jetzt wird gesagt, ja, mit den Flüchtlingen, äh, okay, haben wir auch wieder eine Ausnahme, ja, die, die Ausgaben dafür werden dann nicht eingerechnet und, und ich war ja, ich war ja für QE, für Boat People sozusagen die Woche, ähm, aber das, das sollte kein, kein Statement pro Quantitative Easing generell sein, nur bevor uns die EU auseinanderfällt und wir uns ein neues Immigrationsproletariat oder Prekariat schaffen, weil wir nicht bereit sind, genug Geld auf den Tisch zu legen, ja, dann lieber dafür, das war das Argument. Dann haben wir natürlich eine massive Rechtsuntreue, ja, schönes Wort, Rechtstreue, finde ich irgendwie gut, äh, wenn man manchmal Veranstaltungen mit Juristen macht, dann sagen diese Sachen, ja, und da, boah, toll, Rechtstreue. Und, ähm, kannte das mit einem anderen Zusammenhang, äh, also Rechts, Rechtsuntreue, ja, das heißt, allein schon diese Rettungsschirme, ja, das ist ja eigentlich nicht so vorgesehen gewesen und es ist ja fast hart am Rande der Rechtsbeugung, das Ganze, nicht? Und, äh, und dann sagen die Leute ja, äh, wenn die EZB so Politik macht, obwohl sie eigentlich nicht dürfte, kann ich ja auch auf der Autobahn, brauche ich mich nicht an Tempo 80 halten. Das haben sie jetzt vielleicht für weit hergeholt, aber das ist eine allgemeine Erosion der bürgerlichen Gesellschaft, ja? Wenn diese offiziellen Instanzen sich nicht dran halten, warum soll ich das machen? Ja? Ja, gute Frage. Aber ich tue es immer noch, weiß nicht so genau, warum. Gut. Und dann haben wir natürlich die Super EZB, die war ja eigentlich nur eine technokratische Instanz zur Sicherung der Geldwertstabilität und das sollte sie nach ganz einfachen Regeln machen. Was macht sie heute? Sie macht die Geldpolitik, sie hat die wesentliche Bankenaufsicht, ja, mit großen, großen, großen Spielräumen, sie ist zuständig für die Finanzmarktstabilisierung und so ganz nebenbei betreibt sie auch noch Konjunkturpolitik, ja? Erstens soll sie das nicht machen und zweitens kann eine Institution nicht alles selber machen. Stichwort magisches Meereck. Ja klar, wird ja jeden Tag ein Stresstest veranstaltet. Ja klar. Natürlich. Sie können sehen, wie die eingeteilt werden, ja? Der Single Resolution Mechanism, ja? Da werden ja immer Sachen gemacht, da können Sie sehen, können Sie auch in der Zeitung lesen, wie viel Eigenkapital über Basel, Basel 1 Plus unter dem Stichwort läuft das, ja? Wie viel eine wichtige, systemrelevante Bank, ja? Wie viel mehr Eigenkapital sie halten muss, und, und, und. Gibt es alles. Nur ich halte diese ganzen Stresstests für völlig Unsinn, weil man heute nie weiß, wo der Stress von morgen herkommen wird, ja? Das ist nun mal in evolvierenden Systemen, ist das nun mal der Fall. Ja, ja, richtig. Genau. Die ist auch rein objektiv, wie wir vorhin. Aber es ändert sich ja jetzt, nicht? Es ändert sich ja jetzt. Ja, ja, klar. Ja, ja, zum Besseren. Ja, ja, zum Besseren, wir auch so uns. Ja, und dann haben wir natürlich eine Expertokratie, und das jetzt, so komme ich so langsam auf die Schlussspur, ja? Wir haben eine bürokratische Verkomplizierung, und man könnte das jetzt an vielen Sachen zeigen. Also 1250 neue Leutchen werden eingestellt hier, man hat quantitative Modelle, Mathematiker freuen sich, ja? Es wird alles hin und her gerechnet, die bei der Bundesbank stellen nur noch Leute mit ökonometrischen Fähigkeiten ein, weil sie sonst verlagt werden, so als Philosophen und so, ja? Ja, wir haben ein Supervisory Board, wenn übers Wochenende eine Bank gerettet werden muss, da sitzen 19 Länder drin, da kann man dann erst mal ein bisschen drüber palavern und so Geschichten, ja? Und dann müssen die auch alle sagen, ja, ist okay, wenn ihr da so und solche Abschläge und Bail-in macht. Sagen die, ja, prima, das ist gut, europäische Solidarität, ja? Das möchte ich mal sehen. Dann müssen die über 2500 Fälle, dieses Supervisory Board, 2500 Fälle entscheiden. Ja, wie machen die das? Letztlich darf aber, obwohl es dieses Board gibt, aus rein rechtlichen Gründen, nur das EZB-Direktorium formal die Entscheidung fällen, ja? Also eine klitzekleine Verkomplizierung. Dann haben wir die European Banking Authority, die sagen, wir wollen aber auch Stress-Tests machen, das tun die dann auch. Und dann sollen auch Basel II, zweite Säule, ja? Sollen dann die internen Modelle der Banken, und da gibt es ein paar tausend von, ja? Weil wenn ich mich gesund rechne will, muss ich das ja genau kalibrieren, ja? Das will die EZB auch alles noch überprüfen, ja? Und bald sollen aber alle Banken erfasst werden. Jetzt haben wir die 130, und da sagen die, ja, wir sind jetzt so schön im Lauf, warum denn nicht die anderen 3500 bei Gelegenheit auch noch? Ja? Na wunderbar. Und dann haben wir 100 nationale Options- und Wahlrechte bei der Eigenkapitalrichtlinie, ja? 160. Und die Kontrolleure, die haben die natürlich alle auf Lager, ja? Das sind ja super top intelligente Leute. Und das machen die alles, ja? Und in der EU gibt es dann noch Richtlinien und Verordnungen und technische Durchführungsbestimmungen. Und ich möchte mal wissen, wer die alle durchgelesen hat, ja? Sicher jemand, der beim nächsten Geldgipfel auch wieder teilnehmen wird. Nein, das ist jetzt nicht schön. Gut. Und dann haben wir, haben wir an der Credit, ja? Das soll so laufen, dass also alle Kredite über 25.000 Euro, als wenn man sich so einen typischen Zwei-Liter-Golf kauft, ja, dann liegt man da schnell drüber. Und, ähm, und das wird dann gemeldet, ja? An die EZB. Und da kann man sagen, Datenschutz? Ja, was ist denn damit? Da sagen die, ja, die sind ja anonymisiert. Gleichzeitig werden aber pro Kredit 120 Daten weitergegeben. Ich frage mich dann, wie geht das, ja? Wie geht beides? Also das ist unglaublich, ja? Und da finde ich es auch vollkommen okay, dass zum Beispiel Grüne im Europaparlament und auch andere dagegen wirklich Sturm laufen. Und dann hat zum Beispiel dieses Handbuch von dem neuen Überwachungsgremium, ja, wo ja auch die Frau Lautenschläger drin sitzt, das hat über 1.000 Seiten, ja? Möchte ich mal wissen, wer das durchschaut? Und dann, äh, und dann gibt, werden die Großbanken noch in fünf Typen eingeteilt, ja? Und da ist es so, ähm, das muss man wirklich, ähm, das kann man jetzt nicht lesen, soll er nicht sein, ja? Muss nicht sein. Also das ist hier der Kernprozess der SREP-Elemente. Und wer es genau wissen will, dem kann ich es gerne mal zuschicken. Da werden 1.000 Sachen überprüft, ja? Wer soll das alles machen? Und vor allem, wie, und das wird alles in einer einzigen Zahl dann komprimiert. Und dann werden die, ja, aschenputtelmäßig in einer von vier Körbe gepackt. Und das ist ein unglaublich bürokratischer Aufwand. Und ich finde das unglaublich. Äh, schade, dass nicht ein bisschen größer ist, aber man kann das bei Deloitte, ja? Wenn man Deloitte und dann, äh, SREP eingibt. Und da werden unglaublich viele, äh, sehr komplizierte mathematische Berechnungen gemacht, und, und, und. Und meine Meinung ist, diese Institutionen sind so komplex und so groß und arbeiten in so vielen Jurisdiktionen, dass das ein vollkommener Schwachsinn ist, ja? Ja, das ist wie die Orakelwerfer, die gesagt haben, richtet's morgen oder nicht, ja? Ja, das ist jetzt eine Sache davon, der SREP. Können Sie bitte die Frage mal wiederholen? Das kann er aber nicht hören, wenn ich ein bisschen leise. Ja, genau. Äh, meine Frage war gewesen, ähm, ob dieser, Deloitte-Prozess, ob das jetzt die Hauptaufgabe dieser 1250 Leute bei der EZB war? Und da ist seine Antwort, nein, das ist nur eine der vielen Aufgaben dieser 1250. Es sind ja schon eine Menge da, ja? Aber es werden garantiert noch ein paar Tausend kommen. Ich meine, für Studenten hier der Wirtschaftswissenschaften und teilweise BWL ist das natürlich toll, ja? Nur, äh, Conspicuous Consumption nach Webelin, ja? Macht das Sinn. Und vor allem, man kann ja auch sagen, es ist ein Herrschaftsmechanismus, weil das ist so kompliziert, dass wenn ein Bürger sagt, na, also das kommt mir aber ein bisschen komisch vor, da kann man sagen, verstehst du denn das mathematische Modell und das sind gleich 100 Modelle, kennst du die? Nein, die kenne ich nicht, dann halt die Klappe, ja? Du darfst zwar wählen, aber du hast keine Kompetenz. Das ist die latente Funktion von sowas. Also, äh, schlimmes Wort, Verschwörungstheorie, ähm, Rothschild, Rockefeller, Morgen, greifen über die FED und die EZB zur neuen Weltordnung. Ist dem so? Ja, genau die Folie jetzt, ja. Ich danke Ihnen. Äh, also ich hatte ja schon mal erwähnt, es gibt, also jetzt ist die Frage, was geschieht hier eigentlich, ja? Also wir haben diese Verschuldung, wir haben diese Aktion, wir haben die Politik und alles ein bisschen durcheinander. Und jetzt die Frage, was ist da los, ja? Und meiner Meinung nach ist halt ein Bündnis dieser vier Sachen und da kommen mehrere Aspekte rein. Erstens, das Gesamtsystem, wie es ist, soll gesichert und erhalten werden, ja? Also, Argument, ideeller Gesamtkapitalist, ja? Ja, dann haben wir aber auch den Kompromiss nationaler Politestablishments. Die wollen alle mitreden, die Banken wurden transnationalisiert, keiner will aber voll die Souveränität abgeben und gleichzeitig hat man doch Schiss, dass es schief geht. Und dann kommt so ein Blödsinn wie die Bankenunion und dieser ganze andere kalte Kaffee raus. Und diese furchtbar komplizierten Verordnungen, ja? Nicht, das ist wie so ein Tauziehen. Ja, auf der einen Seite, es kann schief gehen, ich will aber nichts abgeben und dann kommt so ein grauses Zeug raus, ja? Dann haben wir Solidarhaftung, in Anführungsstrichen. Solidarisch in der EU sind immer die, die, wenn es schief geht, am wenigsten zu verlieren haben, ja? Also Stichwort Einlagensicherung. Das ist zwar ein bisschen polemisch und mir ist auch klar, dass in einigen anderen europäischen Ländern eine höhere Einlagensicherung als in Deutschland von den Beträgen da ist, aber meiner Meinung nach ist durch die Interdependenz, Italien, Frankreich und so weiter, ja? Das führt dazu, dass also Solidarität immer von denen, oder es ist so, dass Solidarität von denen eingefordert wird, muss man so hart sagen, die am meisten davon haben, ja? Und wer hat am wenigsten davon? Ich glaube schon, Bundesrepublik, ja? Und ich sage ja nicht, dass ich das toll finde und dafür einen nationalistischen Kurs bin. Nur, das ist eine Erklärung, warum diese Vergemeinschaftungsaktionen gemacht werden, ja? Dann Regulierung als Wettbewerbsvorteil für Mega- und Schattenbanken, ja? Es ist so, dass zum Beispiel Banken wie die GLS ja an einigen Ecken Probleme durch diese Entwicklung bekommen, jetzt nicht existenzbedrohend oder so, ja? Nicht, aber wo sie systematisch in Wettbewerbsnachteile reingedrängt werden. Zum Beispiel durch diese ganzen bürokratischen Kreditbestätigungen und so, ja? Und die ökonomische Theorie, das erschien mir während meines Studiums als vollkommen idiotisch und so typisch Südstaaten-Quatsch, ja? Dass nämlich Regulierung von den Großen gemacht wird, um die Kleinen praktisch außen vorzuhalten. Da habe ich immer gedacht, das ist reaktionär, weil das gegen Regulierung prinzipiell argumentiert. Aber wenn man sich das anschaut jetzt, wie es läuft, kann man sagen, naja, und die Deutsche Bank sagt ja teilweise, ja, ist prima, macht mal weiter und so, ja? Und dann natürlich die praktische Undurchsichtigkeit. Das heißt, es wird so kompliziert gemacht, dass der Bürger praktisch das Betttuch raushängt, das Weiße und sagt, okay, macht mal, ich schaue eh nicht mehr durch, ja? Und wird schon schief gehen, so ungefähr, ja? Oder mit dem kölnischen Spruch oder so. Und dann natürlich Angst vor Systemzusammenbruch und Eliteninteressen, ja? Das ist auch nochmal so ein Ding. Eliteninteressen meint, ja, zum Beispiel die Vermögenden, ja? Und dann kommt natürlich auch noch rein, Ideologie einerseits, das heißt, ganz bestimmte Vorstellungen über effiziente Märkte beispielsweise, die nach wie vor den meisten Volkswirten, gerade denen in Entscheidungssituationen, im Kopf rumspukt, ja? Warum? Weil die in jungen Jahren das gelernt haben. Jetzt sind die so ungefähr in meinem Alter, ja? Und das ist dann mit dem Hund und dem englischen Spruch da, ja? Mit dem Old Dog und Teach und so weiter, ja? Und dann kommt natürlich noch die Machtinteressen der Institutionen dazu, ja? Die EZB, die Leute in der EZB finden es toll, wenn die mehr Funktionen hat. Das heißt, das kommt auch noch als Faktor rein. Jede Institution und vor allem der Herr Schulz, EU-Kommission, ja, wäre ja am liebsten König von Europa, da versuchen die dann auch noch was vom großen Regulierungskuchen abzukriegen, ja? Und wenn man all das nimmt, dann ist das, also das ist das Bündnis und das sind so ein paar Faktoren, die auf eine Folie passen, ja? Und die meiner Meinung nach auch die wichtigsten Prozesse da so erklären können und deswegen sind die auch so widersprüchlich teilweise. Ja, die ordnungspolitische Alternative, mal gucken, wie viele habe ich? Ah, kaum noch was, gut. Die ordnungspolitische Alternative, es gibt ein neues Buch von John Kay, Other People's Money, ja? Erinnert an Brandeis, 1913. Also was haben wir für ein ökonomisches und für ein Finanzsystem? Würde ich mal sagen, das ist offen, selbstreferenziell, komplex, lineare Zusammenhänge, hypersensitiv, irgendwo hustet einer und woanders kriegt jemand einen Schnupfen so ungefähr und dann haben wir positive Feedbacks, ja? Also irgendwo passiert was und dann hätte ich fast gesagt, woanders auch und dann geht die Lawine, in dem Fall darf man es sagen, die geht dann eben runter, ja? Ja, also kein gegenseitige Checks and Balances, keine Kontrolle, sondern das Gegenteil. Was Kleines passiert und tak, 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 triggert das durch, verstärkt sich gegenseitig. So. Und es gibt deswegen, weil das so komplex und evolutiv und so weiter ist, kein wirtschaftswissenschaftliches Metanarrativ, ja? Frage ich Leute immer gerne, was ist denn euer Supermodell zur Erklärung der Finanzkrise? Und dann fangen die an, ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Und das stimmt ja auch. Also, weil das, weil das ein komplexes Phänomen ist, ja, und jetzt wieder so die Liberalkonservativen, was weiß ich, Hayek, ja? Theorie komplexer Phänomene, ist das so, dass sie das halt so nicht in den Griff kriegen und die Regulierer mit ihrer Bürokratie, die dann im Nachgang, wenn wieder was schief geht, dann zugreifen, ja? In Sekundenschnelle, ja? Das ist eben fragwürdig. Und wenn das so ein System ist, dann ist das, und es war letzte Woche, wenn ich das noch erwähnen darf, eine wirklich surrealistische Veranstaltung beim House of Finance, da war der Präter, ja? Und dann auch ein Ökonometrie-Professor und dann eine Frau und das Thema war, die auch über Systemen geredet hat, die auch hier an der Uni ist und da forscht über Hochfrequenzhandel, ja, ist der vielleicht schädlich, ja? Und da haben die gesagt, ja, da gibt es Billionen Daten und die müssen wir jetzt verarbeiten, ja? Und wir müssen, das war wirklich so, ja? Und beim Hochfrequenzhandel, da müssen wir völlig neue statistische Methoden haben, dass sie in Sekundestellen 100.000 Daten verarbeiten können. Und dann hat der entsprechende Professor gesagt, dann fällt es natürlich schwer, die richtige Fragestellung zu haben, mit der man an die Daten rantritt, ja? Wie wahr gesprochen. Also mit anderen Worten, man ergibt sich vollkommen diesem Datenfluss, dieser selbst erzeugten Hyperkompetenz, Komplexität und Sensitivität, gibt man sich sozusagen vollkommen hin, ja? Und aus Sicht der Monetative müsste man eigentlich sagen, die Reformimperative müssen sein, wir vereinfachen den Laden, wir entschleunigen ihn, wir lassen Redundanzen zu, ja, reduzieren, naja gut, neues Wort, wir versuchen das realökonomisch zu erden und wir linearisieren das, ja? Lineare Beziehung, keine Verbriefung und dann verkaufen wir es in den letzten Winkel der Welt, bis keiner durchschaut, was drin ist, ja? Gut, und dann im, ich hatte mal ein Buch gekauft, ja? Also, Stichwort Simplify, ja? Simplify. Und das heißt, einfache Strukturreformen statt kompliziertes Feintuning, ja? Und dann kann man sagen, okay, daraus ergibt sich eine bestimmte Reformagenda, Vollgeld, meiner Meinung nach ganz wichtig, neue Geldordnung und so weiter, sagt, okay, müssten auch noch ein paar andere Sachen sein und ja, das wäre also die Richtung und also Zusammenfassung, das internationale Finanzsystem und die EU und insbesondere die Euro-Länder, äußerst instabile Lage, die EZB betreibt eine Ersatzpolitik ohne Mandat, QE, ist das nur gut? Nee, glaube ich nicht. Wir haben hier das Bündnis einer Viererbande. Wir haben kompliziert bürokratische Halbreformen, die auch nicht wirklich weiterführen. Angesagt wäre ein ordnungspolitisches Simplify, unter anderem über Vollgeld Plus. Okay, das war's. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020